Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Montag, dem 5. Dezember 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1282. Heute mit den folgenden Themen. XROS, Fantastical, Semi-Truck, SOS, Oppo Find N2 Flip, Google Maps, das fahrerloses Parking-System und noch einen kleinen Klick-Tipp. Genau, das wäre es für heute. Ich starte gleich mit der ersten News. Die kommt nicht offiziell von Apple, aber wieder mal aus dieser Gerüchte-Welt. Also deshalb, ich muss irgendwann mal so einen Button einführen, der hier so Gerücht-Gerücht reinstreut. Genau, das Reality-OS oder R-OS, wie es bis anhin immer hiess in den Gerüchten, soll neu XROS heissen. So besagt es zumindest Bloomberg. Das soll das zukünftige Betriebssystem sein, wie wir es von iOS fürs iPhone, für iPadOS fürs iPad oder von macOS für den Mac und vielen anderen Betriebssystem-Untergruppen kennen. Und das dürfte die Gedanken und die Gerüchte um ein nahes Erscheinen oder einen nahen Vorstellungszeitpunkt von eben diesem AR- und VR-Headset sehr, sehr stark wieder befeuern. Wenn man bedenkt, dass damals im Jahre 2007 Apple im Januar das iPhone vorgestellt hat und somit da den Markt revolutioniert hat, könnte es natürlich wieder sein, dass das auch jetzt wieder im Januar passiert und dann ab August, also irgendwann so im Sommer, dann die neuen Geräte vielleicht dann sogar schon auf den Markt kommen. Wer weiss, wer weiss. Alles Spekulationen und Gerüchte. Was keine Spekulationen und keine Gerüchte, aber mehr Eindruck in deinem Portemonnaie bedeutet, ist Fantastical. Die haben ja schon mal mit der Umstellung auf das Abo den Kunden vor den Kopfverstoß gestossen mit einem knapp 40 Dollar teuren Abo oder 65 Dollar teuren Familienabo. Nun geht das Ganze weiter, weil man hat ja Inflation und ja schon seit drei Jahren keine Preise mehr erhöht. Versteht mich nicht falsch. Ja, Dinge müssen angepasst werden und so weiter. Hier passiert es aber gerade heftig Einzellizenzen 43%, Familienlizenzen 38% nach oben. Der Kalender ist auch fantastisch. Er versteht mich nicht falsch. Aber es muss einem schlussendlich dann auch wert sein, so viel Geld dafür rauszugeben. Nun hat es Tesla endlich geschafft und mit ein bisschen Verzögerung, in Schrägstritt, Klammer auf Jahren, Klammer zu, den Semi-Truck ausgeliefert. Erste Geräte sollten anscheinend schon auf den Strassen sein. Damals hiess es noch, dass er ab 2019 auf die Strasse gekommen ist. Wir wissen alles, Corona und die ganze Supply Channel ist natürlich oder war nicht einfach. Ja, was ist jetzt passiert? Eben, die ersten Geräte sind draussen. Die Preise noch nicht. Man munkelt immer noch etwas um die 150.000 bis 180.000. Was dann so im Schnitt ist, wie viele normale Trucks in dem Bereich kosten. Elon Musk möchte nach wie vor im nächsten Jahr 50.000 Trucks an den Tag fördern. Mittlerweile gibt es auch Mitbewerber, die elektronische Trucks auf den Markt gebracht haben. Jetzt ist halt wirklich einfach die Frage, wer schafft es, regelmässig und fleissig neue Geräte auf die Strasse zu bringen. Immer wieder mal hört ihr ja Geschichten, dass eine Apple Watch Menschen das Leben gerettet hat, mit eben dem Hinweis, dass das Herz nicht mehr ganz so tut, wie es sollte. Wir werden in Zukunft sicherlich auch, und das habe ich gleich auch schon bei der Ankündigung gesagt, Geschichten über die Notruf-SOS-Satellitenfunktion vom iPhone, vielleicht aber auch von Huawei oder bald, was hatten wir vor kurzem, Cat oder Samsung hören. Das erste ist jetzt passiert. Am 1. Dezember hatte schon ein Mensch in Alaska die Notruf-Möglichkeit nutzen können, um Hilfe zu holen, weil er irgendwo stecken geblieben ist, wo kein Netz ist. Und das ist doch mal schön, sofern dann die Geschichten so auch immer stimmen, ist das natürlich jedes Mal toll. Ich glaube, das Gleiche wird wahrscheinlich mit der Unfallerkennung funktionieren. Da sollte man einfach dranbleiben. Und solche Dinge sind praktisch, wenn man sie hat, wenn man sie dann unbedingt braucht. Oppo wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen gewisse neue Dinge zeigen. Das liegt in der Natur, weil die Oppo Inno Days oder wie sie heissen, nahe bevorstehen. Die sind ja jeweils in China im Dezember, wo sie stattfinden. Jetzt ist aber noch mehr rausgeflippt. Auch hier, wir befinden uns wieder in der Gerüchte. Mein Gott, heute haben wir viele Gerüchte. Das Find N2 Flip, der Frontdeckel ist gelüftet worden. Ein schön grosses Hochkantscreen, das man aussendran hat. Schaut am besten euch mal in den Shownotes um. Auf daily.kiktok.ch im Browser oder eben in eurem Podcatcher. Ein unsexy Move macht Google. Ihr kennt das sicherlich. Wenn ihr die Google-Suche anschmeisst und dann Google fragt, darf ich deine Location-Daten nutzen? Das sage ich immer nein, weil ja, Google muss das nicht wissen. Es liefert mir auch sonst schon genug gute Resultate in den Suchmaschinen, in den meisten Fällen. Das hat Google jetzt umgangen, weil ja, was hat man gemacht? Bis jetzt konnte man kalender.com.google oder maps.google.com eingeben und ist dann auf der Kalender oder eben auf der Karte gelandet. Neu hat Google das Ganze gewechselt von der Subdomain in der Unterseite. Neu erreicht ihr die Google-Kartenfunktion über google.com. slash maps. Was bedingt das? Ihr müsst dann da natürlich die Freigabe geben, weil Google möchte ja euch besser zeigen, wo ihr navigieren könnt etc. Und was passiert dann da? Ja, ihr gebt halt einfach auf die komplette google.com eure Location-Daten frei. Und das ist einfach wieder mal so ein Evil-Move-Google. Finde ich sehr unsexy. Sollte man einfach nicht tun, finde ich. Aber ja, Google, Bosch und Mercedes haben bekannt gegeben, dass sie die Genehmigung erhalten haben für das fahrerlose Parking im Serieneinsatz. Das heisst, die teuren Mercedes-Fahrzeuge, es ist glaube ich sogar nur eins, die S-Klasse und der EQS bekommen die Möglichkeit, einen speziellen Parkservice zu nutzen. Wie funktioniert das? Bosch hat die Technik, die sie überall im jeweiligen Parkhaus verbauen. Und dann kommt das Auto hin, du steigst aus und dein Auto fährt sich selbst parkieren. Das passiert aufgrund der Sensoren und der Technik, die Bosch verbaut hat, in Kooperation mit Mercedes, welche das Ganze dann umsetzt. Finde ich natürlich toll. Ich finde es dann einfach ein bisschen speziell, wenn man dann plötzlich 15 verschiedene Sensoren da in einem Garage drin haben, nur damit jede einzelne Automarke dann davon partizipieren kann. Da müssen wir wieder Standards her und da müssen, ja, ihr wisst, was ich meine. Das wird toll für Menschen, die sich so teure Autos leisten können, aber nicht so toll für andere, die dann später nachkommen und vielleicht dann genau ihr Auto nicht kompatibel ist. Dann heisst es dann, bitte wählen Sie ein anderes Parkhaus oder irgend so ein Quatsch. Ja, mal schauen, wo das hinführen wird. Aber toll die Technik, muss man wie immer sagen. Auch habe ich euch in den Shownotes noch einen kleinen Link, wie ihr Dateien auf dem Mac unwiderruflich löscht und oder schneller löschen könnt. Wer mag und Mac besitzt, soll da nachlesen. Alle anderen dürfen es aus Interesse tun oder einfach vergessen und in den Montag starten. Euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Wir hören uns bald wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.